Agatha Raisin und der tödliche Biss von MC Beaton. Es liest Julia Fischer. Privatdetektivin Agatha Raisin war in den Fängen einer heftigen Obsession. Ihre Freundin, die wie Carsfrau Mrs. Bloxby dachte betrübt, dass die sonst so kluge Frau den Verstand zu verlieren schien, sobald sie sich verliebte. Und Agatha hatte sich verliebt in den Gärtner und gelegentlichen Handwerker des Dorfes Carsley, George Marston. Er hatte Agathas Garten in Form gebracht und als er damit fertig gewesen war, hatte Agatha sehr zu Mrs. Bloxbys Entsetzen, ihre vollkommen intakten Bücherregale zertrümmert, um ihn gleich wieder als Tischler anheuern zu können. George Marston, ein früherer Army-Mann, war deutlich über einen Meter achtzig groß, hatte grüne Augen und dichtes Blondes, leicht grau meliertes Haar. Allerdings hatte Agatha erbitterte Konkurrenz in Gestalt anderer Frauen in dem Cotswolds Dorf und eine ganz besonders ernstzunehmende. Jessica Fordyce, Hauptdarstellerin in einer seit langem laufenden Krankenhaus-Fernsehserie, hatte sich ein Cottage im Ort als Wochenendhaus gekauft. Jessica war in den Dreißigern, zierlich und mit feuerrotem Haar, das ihr herzförmiges Gesicht umrahmte. Noch dazu war sie geistreich und witzig. Und bei ihr schien eine Menge Gartenarbeit anzustehen. Agatha leitete eine erfolgreiche Detektei in Merster. Doch sie erinnerte sich, dass sie mit Anfang fünfzig frühzeitig in den Ruhestand gegangen und von London nach Carsley gezogen war, um das Leben zu genießen. Ihr Aussehen bereitete ihr Sorgen. Wie sollten dichtes, schimmerndes braunes Haar und sehr passable Beine mit den Vorzügen einer Frau wie Jessica Fordyce konkurrieren? Letztere hatte große blaue Augen, während Agathas, eher klein und bärenartig, aus einem runden Gesicht in die Welt schauten. Die Dinge erreichten einen Höhepunkt, als George Marston eines Abends anrief und sagte, er hoffe, sie für den nächsten Tag zum Mittagessen einladen zu können, um sich für ihre vorherige Einladung erkenntlich zu zeigen. Aber gewiss werden sie wieder bei der Arbeit sein, sagte er. Ich bin aber am Wochenende frei, erwiderte Agatha hoffnungsvoll. Leider habe ich da keine Zeit. Dann ein anderes Mal. Ich habe die Arbeit satt, dachte Agatha ärgerlich. Ich werde aufhören und mich ganz auf das Dorfleben einlassen. Es klingelte an der Tür. Schweig still, mein Herz. Doch es war bloß Mrs. Bloxby. Kommen Sie rein, sagte Agatha mürrisch. Mrs. Bloxby bemerkte, dass Agathas Schuhe mit hohen Absätzen trug. Neuerdings schien sie gar nicht mehr zu entspannen. Stets war sie makellos gekleidet und ihr Make-up ein wenig zu viel. Möchten Sie einen Drink, fragte Agatha. Ich kann einen vertragen. Dann nehme ich einen Sherry. Die Gute, dachte Agatha und humpelte ins Wohnzimmer. Irgendwie passte Sherry zu Mrs. Bloxbys ruhigem Blick und ihrer damenhaften Erscheinung. Warum ziehen Sie die Schuhe nicht aus? Fragte Mrs. Bloxby, als die Drinks eingeschenkt waren. Ihnen scheinen die Füße wehzutun. Ach, na gut. Agatha blickte sehnsüchtig zum Fenster, als hoffte sie, dort Georges große Gestalt zu sehen. Dann streifte sie die Schuhe ab und wackelte mit den Zehen. Ich habe beschlossen, aufzugeben, sagte sie. Mrs. Bloxby wirkte ungemein erleichtert. Was für eine glänzende Idee. Er lohnt es wirklich nicht. Wovon reden Sie? Wovon reden Sie? Erwiderte Mrs. Bloxby vorsichtig. Ich habe beschlossen, die Arbeit aufzugeben. Warum das denn? Ach, es ist so ein herrlicher Sommer und, und, nun ja, die Wahrheit ist, dass ich eine Pause von der Detektivarbeit brauche. Aber Mrs. Raisin, auch wenn Sie hervorragende Mitarbeiter haben, sind Sie die Detektei. Am nächsten Morgen berief Agatha ein Meeting mit ihren Mitarbeitern ein. Nervös scharrten sie sich um sie. Mrs. Friedman, die Sekretärin, und die Detektive Toni Gilmore, jung und hübsch, Simon Black, ebenfalls jung, mit den Zügen eines Hofnarren, Patrick Mulligan, groß und schwermütig, sowie der alte Phil Marshall, weißhaarig und mit freundlichem Gesicht. Ich habe beschlossen, einen längeren Urlaub zu nehmen, sagte Agatha. Warum? Wollte Phil wissen. Sind Sie krank? Nein, antwortete Agatha. Ich bin vollkommen gesund. Ich hätte nur gern eine Pause. Ich frage mich, wer er ist, dachte Toni. Seit Wochen trug Agatha Absätze, bei denen ein Knöchelbruch vorprogrammiert schien. Gehen wir die Fälle durch, sagte Agatha brüsk. Jeder von ihnen kann eine meiner Ermittlungen übernehmen. Wie lange wollen Sie wegbleiben? fragte Phil. Bis ich genug Auszeit gehabt habe, antwortete sie, dachte indes, bis George mir einen Antrag macht. Als sie nach Hause kam, wartete Bill Wong auf sie. Er war der Sohn eines chinesischen Vaters und einer englischen Mutter aus Gloucestershire, von denen er ein angenehm rundes Gesicht und hübsche Mandelaugen mitbekommen hatte. Er war der erste Freund, den Agatha hier gefunden hatte, als sie einsam und reizbar in das Dorf gezogen war. Was führt dich her? Nur ein Freundschaftsbesuch, antwortete der Polizist. Ich habe dich länger nicht gesehen. Komm rein. Es ist ein schöner Tag. Setzen wir uns in den Garten. Als sie mit Kaffee am Gartentisch saßen, rief Bill aus, ich habe deinen Garten noch nie so schön gesehen. Ich habe einen guten Gärtner. Er sah sich um. Kennst du die Namen all dieser Blumen? Ich glaube, früher wusste ich sie mal, aber heutzutage sind die alle auf Latein. Hast du nicht eine neue Hüfte? Bill blickte zu Agathas Riemchensandalen mit den sehr hohen Absätzen. Darüber rede ich nicht. Aber du solltest daran denken. So hohe Absätze können nicht gut für dich sein. Was ist in dich gefahren? fauchte sie. Mutierst du jetzt zu einem bevormundenden Ehemann? Nein. Nur zu einem besorgten Freund, erwiderte er ruhig. Wer ist es diesmal? Was? Die Absätze, das Make-up, der enge kurze Rock. Wer ist der Grund dafür? Darf ich dich darauf hinweisen, dass ich mich immer gut kleide, gab Agatha zurück. Was machen die Verbrechen? Die üblichen Komasäufe an den Wochenenden, Autodiebstahl, einige Einbrüche. Warum bist du an einem Werktag um diese Zeit zu Hause? Ich nehme mir eine Auszeit, antwortete Agatha. Es ist ein herrlicher Sommer und ich fand, dass ich mal ausspannen muss. Wie ich sehe, ist James wieder da. James Lacey war nicht bloß Agathas direkter Nachbar, sondern auch ihr Ex-Mann. Von ihm merke ich nicht viel. Was macht dein Liebesleben? Momentan nichts. Es klingelte an der Tür und Agatha sprang wie von der Tarantel gestochen auf. Enttäuscht stellte sie fest, dass es ein anderer Freund von ihr war, Sir Charles Fraith. Ach, du bist es, sagte sie. Bill ist im Garten. Charles trug ein hellblaues Hemd zu einer dunkelblauen Hose. Wie immer sah er gelassen und sehr gepflegt aus. Er ging voraus. Hallo Bill, wie steht es um die Kriminalität? Keine Morde für Agatha. Sie hat mir eben erzählt, dass sie eine Auszeit nimmt. Bist du hinter dem Gärtner her? fragte Charles unumwunden. Bald werden sie dich Lady Chatterley nennen.